Mit dem Kundenmeister können Sie Ihre Kontakte auf einfachste Weise organisieren. Mit Hilfe von Kontaktgruppen können Sie Ihre Kontakte organisieren. Sie können dann zielgruppenorientierte E-Mails und SMS-Newsletter an diese Kontaktgruppen versenden. Hier können Sie einfach neue Kontaktgruppen angeben, alte Kontaktgruppen umbenennen oder einfach stehende löschen. Mit Hilfe von Verteilerlisten wird verwaltet, für welche Themen sich Ihre Kunden und Interessenten interessieren. Ebenso wichtig ist es, Ihre Branchen zu verwalten. Hier können Sie angehen, in welchen Bereichen Ihre Kunden und Mitarbeiter tätig sind.